Willkommen zurück. Das muss der Generatorraum sein. Ja, und so viele Waffen hier rumliegen, ist ja auch bestimmt nicht irgendwie, naja, ähm, ne Ghoul-Apokalypse ausgebrochen. Ganz bestimmt nicht. Nein, nein, alles gut. Ihr seid absolut keine Gegner. Absolut nicht. Was war das? Andersrum, sorum, sorum. Also wir wissen, dass jetzt Ghoul kommen werden. Das ist relativ offensichtlich. Yo! Ne, ha, 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 ha. Der war dumm. Das war, bin ich nicht, aber das ist okay. Da kommt die Munition. Das war vollkommen dumm. Oh, shit! Oh, hast du mich gerade angebissen? Uncool. Hä? Okay, ich muss hier... Und noch ne Tür. Na, sicher. Gibt's die Frage? Kommen die hier lang? Also sind die so schlau und kommen hier lang? Scheinbar nicht. Ja gut, aber ich muss ja so oder so zurück. Scheinbar doch. 30, 41, 40. Okay. Haben wir hinbekommen. War jetzt nicht so schwer. Uns bleibt ja gerade gar keine andere Waffe übrig. Puh, heitet's. Was? Scheiße. Wir kommen hier gerade eindeutig zu viele Gegner. Wenn jetzt gleich jemand hinter mir kommt, dann wäre das noch viel schlimmer. Okay. Wieder volle Munition. Ich habe aber gerade auch keine andere Wahl, als sie so zu töten. So, das ist jetzt die endgültige Tür. Aber du willst mir nicht erzählen, dass jetzt hier keine Gegner mehr sind. Sag ich doch. Ich... Ihr braucht mich nicht verarschen. Ich weiß, dass ihr da seid. Was zum... Ich weiß, dass ihr da seid. Macht euch nicht lächerlich. Wohin wirfst du? Warum kann... Was zum... Was war denn jetzt mit der Wurflinie kaputt? Keine Ahnung. Komisch. Äh... Beweg dich. Scheibenkleister. Sie kriegen mich gerade alle irgendwie... Was zum... Was zum... Not Tootie. Wo muss ich jetzt hin? Durch welche Tür? Durch die Tür da zurück? Das ist eigentlich unfair. Ja. Kommen die hier unendlich? Oder... Habe ich gerade einfach nur Pech? Ich würde sagen, irgendwann geht mir die Munition aus. Ich bin mal weg. Das Gefühl, die kommt auch unendlich. Das wird langsam zu einem echt miesen Tag. Darf ich raten? Hier kommen auch noch Gegner. Oh Mann. Die Viecher haben sie erledigt. Wie komme ich hier wieder raus? Oh, du denkst, ich habe mir den Weg gemerkt? Das habe ich vergessen. Ich nicht. Doch habe ich wohl. Hoho. Eine Pistole. Wo hast du die Pistole her? Wo hast du die Pistole her? Die Stato macht sie verrückt. Mein Ende naht. Die Teufel jagen mich im Dunkel. Das Gold von Eldorado ist mit einem Fluch belegt. Die Spanier entfesselten die Hölle und wurden zu Dämonen. Meine Männer sind alle tot. Ich muss es allein vollenden. Kein Schiff wird diese Insel verlassen. Ich habe alle zerstört und die Stadt überschwemmt. Das Böse darf dieses Eiland niemals verlassen. In meiner letzten Stunde empfehle ich meine Seele Gott. Erbarme dich dieses unheiligen Orts. Francis Drake. Mein Gott. Oh, nein. Nein, nicht schon wieder. Wir versuchen es mal mit ungezielten Schüssen. Ich scheine mich ziemlich gezielt zu sein eigentlich. Und muss ich nicht eigentlich in die Richtung? Ich glaube nicht, ich muss in die Richtung. Oh Gott. So rum. Ist da noch ein Gegner hinter mir? Ich hoffe mal nicht. Wir würden uns gar nicht noch irgendeinen Erfolg bekommen. Aber das ist gerade eigentlich Nebensache. Moment. Ist das der richtige Weg? Wir sind Schätze gerade irgendwie egal geworden, muss ich übrigens meinen. Moment. Ist das hier nicht? Ne, ich bin auf der anderen Seite. Kann ich die Tür eigentlich wieder zumachen? Nö, warum auch? Wäre ja sinnvoll. Da drüben müsste eigentlich Elena sein. Hören Sie mich da drin? Nur zu gut, Mistkerl. Oh, Sie haben kein Mikrofon? Wie schade. Nein, schau ab, bevor... Elena! Hast Sie in Ruhe, ihr Mist? Na wahr, wenn du noch nicht mal ein kleines Mädchen im Griff hast. Soll nicht mehr vorkommen. Versprochen. Entschuldigen Sie bitte. Ich wollte mich nur bedanken fürs Finden von Eldorado. Na klar. Ach, ich hoffe, es stört Sie nicht, wenn wir Miss Fischer noch etwas behalten. Das war ja abzusehen. Oh nein, das klingt nicht gut. Los, los, los! Ich hab wieder ne Pi... Wo kommt die Pistole her? Oh. 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 Hier. blood. Jetzt kommt eine Frage, wo kommt die Pistole her? Wo gehörst mir? Ja. Hm. Dann komm mal her. Kleber 9mm ist uninteressant Wenn ich das mal so sagen Die hat mehr Schuss Vielleicht doch nicht so uninteressant Was haben wir hier für ne Waffe? Shotgun nehm ich Oh Gott da sind sogar noch Nein da sind auch noch die kleinen Fickfächer Nein ich dachte da wären keine kleinen Fickfächer mehr Nein Die halten übrigens witzigerweise zwei Kopftreffer aus Weil sie es können Wieso lebst du noch? Hey Diese Waffe ist scheiße gegen normale Gegner Gegen die Typen scheint die Also gegen die Ghule ist die gut Ja Gegen normale menschliche Gegner ist das hier irgendwie gerade Okay Was haben wir hier Wie gesagt die Waffe Doch die Waffe bin ich ja Doch 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 M4 ja Nehm ich Oh scheiße Bist du tot? Okay Nehm ich so hin Ah Gott Was? Hattest du mir mal die Gimbo runterdorutschen hier Zack Okay fast Oh fast 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 Verdeck mich Wieso lebt Jetzt immer noch Haben wir noch irgendeine Waffe? Irgendeine andere? Ja die da oben Stimmt Nein nicht die Nein die meine ich nicht Meine da oben Meine 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 Dankeschön Okay Das ist ja nicht mal Geschichte Was haben wir denn hier Das soll dir helfen Okay Die M4 ist halt relativ stark Das ist ganz gut Wenn du ein Treff kann Jetzt haben wir die Waffe hier Ich hab dich gesehen Okay das ist gerade ein bisschen wenig Schuss Da wechsle ich dann wieder auf die hier Ist es hier ein reines Waffen gewechselt gerade Ja ich weiß Aber was soll ich denn tun Kein andere Wahl Übrigens hab ich gerade das Gefühl Dass Schätze Total nebensächlich geworden sind Wir haben hier gerade mehrere Fronten Kein Kampf Also irgendwie sind das mindestens drei Fronten Die hier So Jetzt fehlt eigentlich nur noch Dass Sully sich einmischt Oh das ist jetzt echt Zwei Kopftreffer aushalten Okay Okay Vier Schuss Was will ich denn mit dem Scheißteil Jetzt hier Ja Genau Und dann kommen sie alle um die Ecke Ja komm ich hab keine Zeit für euch Willst du da oben gerade was Oh Gott Das kann nicht sein Okay ich hab nearly keine Munition mehr Okay Okay Könnte ich hier irgendwo hin Na gut Jetzt hab ich ein Problem Ein Schuss Ja geil Ich hab hier ein klitzekleites Munitionsproblem Oh scheiße Okay Ja ich kann gerade nicht auf dich achten Tatsächlich Ich bin gerade bei dem noch Okay jetzt können wir reden Äh Habe ich hier irgendwo mal ne Waffe Ja gut Gerade echt tatsächlich gar nichts Oh ja Oh ja Immerhin Immerhin wieder ein bisschen Oh scheiße Das ist gar nicht Oh ja Die Dinger Alter Diese Ghule sind für mich gerade eine Munitionverschwendung Sondergleichen Ja genau Geben sterben So ich brauch dringend ne Waffe Boah danke Auch doch irgendeine Waffe Bitte noch mehr Ich brauch mehr Munition Ich bin gerade echt ein bisschen knapp bei Muni Ah geil Jetzt hab ich nur ein Achso Okay ich verstehe Wir versuchen es einfach mal hiermit Ob das jetzt ne kluge Entscheidung ist oder nicht Werden wir früher oder später merken Ich hab jetzt super viel nach Schätzen gesucht Das ist mir durchaus bewusst Ich hab auch gerade nicht wirklich Viel Ähm Nerven dazu Kapitel 20 Schnell zur Hilfe Sully bist du da Sully melde dich Gott sei Dank mate Wo bist du Unterwegs zu dir Sie haben Elena Wir müssen sie aufhalten Oder wir nehmen uns einfach den Goldbauer Hab selbst Probleme Die Mistkerle halten mich vor der Kirche in Schach Bin fast da Ja ich bin fast da ohne Muni würde ich sagen Wenn die Ghule jetzt irgendwie sich verpissen Also im Sinne von Ja wenn wir jetzt das ganze mal ohne Gude machen könnten Dann Ich mach die Gude nicht Aber jetzt seit sie da sind Hab ich das Gefühl Oh das war Glück Nicht so Trophäe erhalten Eine Was ist das denn Kotimundi Ja Was zum Henker ist das Keine Ahnung Profischatzsucher Ja dankeschön Ich weiß Ich bin ein super Profi Ähm Wie kommen wir denn hier weg Oh nein Stopp Dankeschön Hallo warum zielst du noch Oh fuck Oh fuck Oh mein Gott Ich schaff's ernst Als daneben zu zielen Da ist Sully Was ist das denn scheiß ernst Komm raus Komm raus Okay Das ist die Hauptsache Okay Okay Alles gut Ich bitte irgendwie eine Waffe Cool Cool toll Halt ihn im Visier Au Okay Ähm Ich hab auch's Fressblatt bekommen Achso wir sollten mal Einen Cut machen Ich hab auch's Fressblatt bekommen